Schatze mal, machen wir es so, ihr trugt so arg zu und es gilt noch als erstes Botenvideo. Nämlich der schwarze Nachtschatten, es gibt auch den bittersüßen Nachtschatten, gleich hinten werden sie bei ihnen dann die Früchte, außer halb in der Farbe, aber das ist der schwarze Nachtschatten. Ich bin da jetzt zufällig drüber gestolpert, weil ich schon ein bisschen auf der Suche war danach. Es war in meiner Erinnerung jetzt auch schon wirklich Zeit, dass er aufgetaucht. Aber ja, er ist eh nichts für uns zum Essen. Vielleicht ist das einmal das Wichtigste, das man weiß. Und das kann ein ziemlich stattliches Kerlchen werden. Mal gucken, wie sich die Pflanzen da entwickeln. Da sehen wir jetzt, ich habe jetzt erst schon irgendwo, genau, da. Weil, das wisst ihr, von was ich rede. Das da, das sind halt da die ersten Blüten. So schauen die Blüten vom schwarzen Nachtschatten aus, der bittersüße Nachtschatten. Da schauen die Blüten vom Aufbau eins an so aus, nur, dass die Blütenblätter nicht weiß, sondern so lila, violett, weiß ich nicht. Die zwei Farben kann ich nicht auseinander halten. Das ist mir erst so dann, wenn ich das einmal gefühlt habe und in die Kommentare schreiben. Aber, das ist der schwarze Nachtschatten. Der kriegt dann, also der, das kann tatsächlich wirklich, wenn er nicht gestört wird und Platz hat, extrem große Pflanzen werden. Wir verfolgen ihn eh. Also somit möchte ich das als erste Boten Video einstellen dürfen. Ich erlaub mir das eh einfach. Und ihr wisst, es ist nichts zum Essen. Und wir verfolgen das einfach weiter. Und dasählt viel, das ist nicht. Und wir considerable werden. Weil du schon viele Aufgaben herriss. Und ihr wisst,しない unterwegs fest, nicht mehr Bogen we convicted und zu verleten. Vonло und mehr Rabge Xiaovers zu helfen für neue Ernährung zurück. So wine ist hier gleich noch einmal im Untersuch. Und so eine Überschung rauszuz sowas.